Ach ja, wir waren ja im Schnee. Genau. So, weiter geht's. Also, dann gucken wir doch mal. Ich hoffe, ich kann die Tasten noch. Man muss sagen, es sieht cool aus. Das muss man einfach sagen, wie es ist. Es sieht verdammt geil aus. Boah, es sieht halt gar nichts, ne? Einfach nichts. Ach, sag bloß! Was ist denn da? Da leuchtet irgendwas, da hinten. Äh, was war es denn? Ich will da nicht hin. Da ist irgendwer. Da laufen irgendwelche Leute. Ich will da nicht hin. Ich will zu dem leuchtenden Ding da. Spiel speichert. Hä, wo ist das hin? Da. Huch! Natürlich! Na klar, warum denn nicht? Mann geht tot, du! Ehrlich, ey. Sowas aber auch. Ah, Leben. Wo kommt der her? Der ist da gespawnt gerade, ne? Müssen wir jetzt da hin? Ich glaube, ja. Weiß gar nicht, wie rennt man denn hier eigentlich nochmal? So nicht. Ich muss nachladen. Okay. So. Ja. Ich weiß tatsächlich gar nicht, wie weit... Wie weit wir... Ich habe so eine Powerlocke. Äh. Wie weit wir jetzt eigentlich von der Story sind. So. Ja, das Signal! Jo. Mmh. Elias! Mmh. So. Hier lang. So, gucken wir doch mal. Wir haben nicht viel Leben, ne, ich weiß. Oh, solche engen Gänge. Hallo. Okay. Oh nein. Ist er das? Nein, Mann. Dein Visier ist doch kaputt, Mann. Wie soll der atmen? Nein, nein. Wir müssen hier weg. Wir müssen weiter, komm schon. Nein, Mann. Ich bin erledigt. Danke. Dank dir, dank dir, konnte ich fliehen. Ja. Das hoffen wir mal. Huch. Na, kommt ein bisschen zu spät, ne. Ich hab ihn vor dir gewarnt. Wie hast du uns gefunden? Das Notsignal. Du hast Glück, dass nur ich es bemerkt habe. Du bist zu spät. Früh genug für mich. Er kannte Black Iron wie kein anderer. Nein, was tust du da? Hey! Und ich jetzt auch. Hey! Hey! Warte! 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 Und wo willst du überhaupt hin? Ich bin Pilot, du brauchst mich! Der Hangar ist dort. Du gehst besser los. Na gut. Tschüss. So. Ja. Such im Außenposten Unterschlupf. Okay. Tschüss Elias. Man kann hier tatsächlich nicht stampfen, ne? Ich muss zum Hangar. Das geht nicht. Haben sie extra gesperrt. So. Ich muss zum Hangar. So. Hier. Irgendwas drücken. Ja. Wie cool. Was mit dem Schnee? Find ich schon fett. Ja. Da müssen wir bestimmt rein. Ich guck mich trotzdem einmal um. Kann ich rennen? Ja. Jetzt kann ich wieder rennen. Juhu. Oder müssen wir hier rein? Ah. Mann. Ich hasse das, wenn es mehrere Eingänge gibt. Schrecklich. Wehe. Es geht die Tür zu. Ah. Energieumwandler. Schön. Wie heile ich mich denn nochmal? Nein. Ich glaube nach unten ist es. Bin mir aber nicht sicher. Ja. Oh. Was war ein hier schönes? Christoph Fisch. Gucken wir nochmal. Ähm. Wo haben wir ihn denn? Hier. Der Anruf ist gerade gekommen. Die UJC bläst das Terraforming von Callisto ab. Warum jetzt? Nachdem Milliarden ausgegeben wurden. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Das ist ja fast so. Als wollten sie die Menschen von hier fernhalten. Ja. Hat wohl nicht so geklappt. Oh. Energieriegel. Geil. Sonst noch was? Ich wünsche mir so ein Horrorspiel. In Open World. Das würde ich gerne mal sehen. Wie das klappt. Ob das ginge. So ein riesen verlassener Planet. Hier müssen wir rein. Eine Art Außenposten. Oh das ist ein Automat. Sehr gut. Gehen wir mal rein. So. So. Dann können wir wieder was verkaufen. Einheit online. So erstmal verkaufen wir hier den Energiekram. Den Energieumwandler. So. Dann lasst doch mal gucken. Also. Wir haben. Genau. Unseren Handschuh. Wir haben 1807 Dollar. Oder Credits. Ähm. Wir kriegen glaube ich noch eine. Ne. Guck mal. Drei Sachen. Die uns noch fehlen. Ähm. Das ist die Flinte. Munitionskapazität. Kapazität. Ich wollte irgendwas gelevelt haben. Ne. Ich hatte auf irgendwas gespart. Ich weiß nicht mehr was das war. Schaden. Höhere Schaden. Block Schutz. Glaube ich wollte. Wo wollte ich denn hin? Ich mach mal hier für 900. Weil den. Ähm. Den nutzen wir ja schon. Sehr, sehr häufig. Brauchen wir mehr Schaden mit. Das nächste Upgrade kostet glaube ich zwei Scheine. Oder? Ja. 2700 ist die maximale Schaden dann. Äh. Okay. Wir haben 900 noch übrig. Äh. Das ist die normale Pistole glaube ich. Ne. Genau. Ähm. Magazingröße. Oder halt mehr Schaden für 600. Oder wir gehen auf den. Handschuh. Ich glaub wollte ich. Energiekapazitäten. Für 900. Machen wir mal. Gehenstand aus Druckfertigung entnehmen. Gott ich weiß gar nicht mehr die Tasten. Wie man den benutzt. So. Sieben Credits haben wir noch. Wir müssen ein bisschen sparen jetzt wieder. Aber äh. Schau mal. Wo kommt der denn her? Gott. Den hab ich ja vorher gar nicht gesehen. Hä? Der war ja super versteckt. So. Ja, lass doch mal gucken. Also. Oh Gott. Irgendeiner wird doch gleich wach. Da bin ich felsenfest von überzeugt. Ja, ich mach das mal besser. Das ist, glaub ich, äh, das, ähm, ist, glaub ich, besser, wenn ich das so mache. Da bin ich auf der sicheren Seite. War doch irgendwas. Ich dachte, ich drück mal Kreis, um im Schleichmodus zu kommen, aber irgendwie... Naja. Man muss schon sagen, das sieht schon cool aus, ne? Mach's mal ein bisschen lauter. Mir auf der Kopfhörer auch. Ich hör irgendwas. Wird, da krabbelt hier irgendwas oder so? Ich bin mir nicht sicher. Oh ja, Heilung. Heilung ist immer gut. Wieso ist jetzt hier Licht aus? Achso. Der lebt. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Wie benutze ich denn... Wie benutze ich nochmal den Handschuh? Ah, okay, so. Okay. Dann heil ich mich mal. Gut, dass wir die Spritze gefunden haben. Am. So. So, Munition ist auch gut. Hatten wir den? Den hatten wir, ne? Ja, okay. Das waren ja nur zwei, oder waren's drei? Ich hab das Gefühl gehabt, es waren drei. Puh. In so engen Räumen kämpfen ist nicht gut. Oh nein. Wehe, du wachst auf. Hä? Ich wollte schon gerade sagen, wieso stirbt er nicht? Mein Visier ist ein bisschen blutig, hab ich das Gefühl. Ich weiß nicht, wie ich darauf komme. Ich dachte, wir sollen Unterschlupf suchen. Ist das der Hangar da hinten? Was will er? Oh, gut, 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 gut. Ichs war so klar. Wo will er hin? Wo will er hin? Gott. Oh, mein Gott, verstecken die sich im Schnee? Die haben nichts mehr zum Heilen, ne? Da kommt noch einer. Stimmt, ne? Komm schon. Ich warte nur drauf. Da geht's lang. Hier geht's lang. Die Brücke wird bestimmt kaputt sein, ne? Oder? Ah, ich bin mir nicht sicher. Ich gucke erst mal hier. Geht's hier auch lang? Ne. Okay, alles klar. Da kommt man nicht rein, okay. Man muss es ja ausprobieren, ne? Das ist bestimmt mega sicher hier. Gut, dass da ein Pfeil steht. Sonst hätte ich nicht gewusst, wo es weitergeht. Hallo, Feldi. Grüß dich. Schönen guten Tag, Feldi. Ja, sieht schon geil aus. Das stimmt. Einen schönen guten Abend. Das wünsche ich dir auch. Und einen schönen Sonntag. Oh, nein. Okay, ganz vorsichtig. Jo. Wenn das die Berufsgenossenschaft sieht, das sag ich dir aber. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wenn das die Berufsgenossenschaft sieht, Alter, dann, äh. Ähm. Okay. Hilfe. Hui. Ja, bleib doch einfach stehen. Ist doch gar kein Problem. Jetzt schützt die ganze Brücke ein. Erd tot. Ende. Spielende. Das war's. Vielen Dank, dass sie Kalisto gespielt haben. So, jetzt können wir mal ein bisschen rennen. Hier wird die Brücke ja heile sein. Ich hab nix gesagt. Best Ending ever. Ja, ist so. Spiel vorbei. Spielende. Oh, Spiel speichert. Kein gutes Zeichen. Hä? Was, was? Wo kommt der denn her? Ich hab nichts zum Heilen, Mann. Hau ab. Geh tot, Mann. Endlich Heilung. Ah, ein bisschen. Puh. Ihr ganzer Spielfortschritt plus. Alles, was sie, was? Davor gehabt haben, ist für immer verloren. Oh ja. Das ist so gemein. So, warte mal. Haben wir hier jetzt wieder Muni? Ach nee, wir haben die Pistole benutzt die ganze Zeit. Ich dachte, die Flinte. Der Jungemann hat nichts. So. Türchen auf. Das mit dem Schnee finde ich voll geil. Da war ja nichts, ne? Ne, okay. Ah, nein. Ich seh's schon. Sind die explosiv, die Dinger? Bestimmt, ne? Das sieht doch nach einer Arena aus. Was? Was? Ja. Ich? Wo? Die hier, oder was? Erinnert mich grad ein bisschen an Alien Isolation. wo auch jemand mit uns gesprochen hat. So, ey, hallo. Hey, du. Oh nein, da ist irgendwas Unsichtbares. Glaub ich zumindest. Oder ich hab schon Paras. Oh Mann, halt doch mal die Klappe. Ich glaub, ich hab was gesehen. Ich bin mir nicht sicher, aber ich mein, ich hab irgendein, so ein unsichtbares Vieh gesehen. Von gerade. Und das war hier irgendwo? Oh.